Na Carla, wie findest du meinen neuen Öko-Lava-Mat von AEG? Stell dir vor, der verbraucht 20% weniger Waschmittel. Da freut sich meine Haushaltskasse und du kannst dich auch freuen, Carla. Weißt du auch warum? Weil's einfach besser ist für unsere Umwelt, wenn man weniger Waschmittel verbraucht. Ist doch ne saubere Sache. Die Wäsche tipptopp und trotzdem 20% weniger Waschmittel. Der neue Öko-Lava-Mat mit dem Ökosystem von AEG. Aus Erfahrung gut. Na Carla, wie findest du meinen neuen Öko-Lava-Mat von AEG? Stell dir vor, der verbraucht echte 20% weniger Waschmittel. Da freut sich meine Haushaltskasse und du kannst dich auch freuen, Carla. Weißt du auch warum? Weil's einfach besser ist für unsere Umwelt, wenn man weniger Waschmittel verbraucht. Ist doch ne saubere Sache. Die Wäsche tipptopp und trotzdem 20% weniger Waschmittel. Bei AEG sparen alle Frontlader echte 20% Waschmittel. AEG. Aus Erfahrung gut. Wenn ich mehr auf die Wäsche tippe. Ich bin jetzt mit der Wäsche.